Willkommen zurück zu Robin Hood, Prinz der, ähm, Diebe. Ja, ähm, ich hab kurz in ein anderes englisches LP reingeschnuppert und ich trottel, stehe doch gerade vor der Lösung. Ich muss einfach nur das Amulett anlegen, das mir Peter gegeben hat und dann, ähm, äh, und dann zur Wache gehen. Moment, wo ist das Amulett? Ach, Duncan hat's in der Hand, genau. Was ich gemerkt habe beim Anschauen meiner Videos, ich trottel, merke nicht, wenn ich auf die Pfeile hier drücke, auf die 2, dann ändere ich auch mal den Spieler, den ich spiele. Und zwar laufe ich gerade als Duncan rum, der Blinde. Hä? Er ist blind und wir können mit ihm spielen? Egal. Er ist blind, Level 2. Jetzt gehen wir mal links, Robin Hood, er ist Level 2. Ah, Sam, auch Level, oh, die Levels sind alle gleich, okay. Aber sie haben alle verschiedene Hitpoints, zum Beispiel Robin Hood ist der Schwächste. Und ja, das hab ich halt, äh, bei den vorhörigen 5 Parts gar nicht gewusst. So. Jetzt haben wir das Amulett und jetzt solltest du uns durchlassen. Geht weg, Marian, kann dir nicht helfen? Äh? Moment, hallo, Moment. Ja, ich hab ganz kurz nur in das LP reingeguckt. Ich hab gesehen, er steckt das Amulett an und ich dachte, es müsste dann gehen. Ach, fuck, ich hätte nicht so schnell mir sicher sein müssen. Moment, die Hand. Hey, wir hatten es doch gerade in der Hand, Mann. Was ist das? Lass uns durch. Hä? Okay, machen wir jetzt das Robin des Helds. Oder kann überhaupt Robin das Amulett halten? Äh, Alter. Mach, ja, genau so machen wir es hier. Zack, jetzt das da hin. Okay, Robin trägt jetzt das Amulett. Willkommen, Lockslay. Du kannst eintreten nach. Ich muss halt so Robin des Magnetons. Und die Wache verschwindet. Ah ja, noch was, das mir aufgefallen ist, als ich mein LP angeguckt habe. Ähm, in der Burg davor, wo wir ja den blinden Duncan gefunden haben, gab es hier doch vor dem Eingang eine Leiche aufgehängt. Das ist leider der Vater von Robin Hood. Er ist also tot und wir wollen ihn reichen. So, das habe ich halt nicht begriffen. Und ja, jetzt weiß ich es. Geh mal jetzt aber rein. Was ist das für eine Gestalt vor uns? Wie hast du die Wache passiert? Wir wollen keinen Ärger hier. Ja, jetzt bist du wieder Bencraw. Okay. Wir müssen zu Marian. Moment, Karte aufrufen, wer ist das Beste? Aha, rechts geht es weiter. Also gucke ich erstmal oben und links nach. So. Hä? Was bist du? Ach, eine Oma, die liegt oder was? Wenn du nach dem Kind Marian schaust, sie wird in der östlichen Kammer sein. Warum Child, Marian, hä? Ist es ein Kind oder was? Was ist das? Oh. Oh, ein Raum. Cool. Und wir haben einen Traum. Moment. Dieser Raum. Hier muss doch noch was sein. Robin Hood findet einen verschleckten Schlüssel. Haha. Ich habe es gewusst. Take. Der Schlüssel ist außerhalb deiner Reichweite. Hä? Okay. Hä? Egal. Moment. Hier auch noch durchgucken. Ich trau dem Spiel nicht. Okay, hier ist nichts interessantes. Ja. Da, 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 da. Links gehen wir. Wir klauen uns Brot und ein Stück Fleisch. Und wir gehen durch diese Tür. Duncan öffnet die Tür mit seinem Schlüssel. Äh, was habe ich hier? Pfeile? Da, 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 da. Gesammelt. Nein, Moment, Moment. Was haben wir gelernt? In diesem Raum könnte es noch was geben. Start. Search. Äh, hier ist nichts. Okay. Weiter geht's. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich weiß nicht. Ich war rum. Äh. Moment, wie war das mit dem Durchgang hier nochmal? Player. Map. Äh. 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 Dann gucke ich erstmal den Korridor an und durch. Nix. Okay. Dann gehe ich mal hier. Gibt's hier was? Ja, es gibt hier was. Ein Trank. Und wenn jetzt Search nichts bringt. Okay, ich gucke hier in diesem Raum gar nichts. Äh, in diesen Korridoren gar nichts mehr nach. So, diesen Teil noch durchgucken. Nichts. Okay. So, so, so. Nichts. Eine Tür. Das will ich nicht glauben. Machen wir mal Lock. Ja, hier ist nichts Interessantes zu sehen. Und Search das gleiche. Okay. Dann nehmen wir es mal hin. Das hier aus irgendwelchen Gründen auch immer. ein Durchgang ohne Sinn ist. Okay, das noch schnell durchgucken. Nix. Okay. Rechts oder links? Hm? Links? Rechts oder links? Ich meine rechts oder oben. Ach, okay, hier geht's nicht weiter. Okay, also rechts muss es sein. Ja, die... Ey, jetzt. Nimm das. Ich kann nichts mehr tragen. Kann das sein? Dann spielen wir jetzt als Duncan. Er ist auch voll. Ey, ey, ey. Heilen wir mal unseren Assem. Friss. Und, und, und. Und, was ist das? Ist das was zu essen? Nein, man kann es uns angucken. Hier. Das Auge. Ein Apfel. Äh, ein Apfel mit dem... Ein Gewicht von einer Unit. Was ist eine Unit? Ein Gramm? Ein Kilogramm? Wie viel wiegt ein Apfel? Scheiße, jetzt habt ihr mich erwischt. Okay. 65 passt schon. Jetzt Assem. Nimm das, die 10. Gut. Sehr merkwürdig. Das Duncan, Robin Hood und Assem. Das gleiche aus den Namen. Egal. Dieser Person hier sieht weiblich aus. Es muss Marion sein. Hallo, Marion. Äh, danke dir für das Bringen von Peters Renk, Robin. Was ist mit... Was geht hier ab, Marion? Mein Vater wurde umgebracht. Von Pü... Von Leuten... Äh, blablabla... Starving. Was heißt Starving? Leute sind... Leute sind... Sternenreich. Äh, Spaß. Unser König Richard... Mit König Richards Gang durch den... Im Kampf der Kreuzzüge. Der Sheriff hat sich hier alles an sich genommen. Mein Deutsch ist so scheiße, weil ich grad übersetze. Der Sheriff ist... Äh... Hier zu gucken, irgendwie... Kopfüber im Sherwood-Fight. Irgendwelche sagen... Viele Männer leben dort. Versteckt vom Sheriff. Jetzt also... Robin... Wachen... Stürmen... Die... Robin! Wachen stürmen die Burg! Leute! Nein, Guy ist mein Wasser-Guy. Der Typ und seine Männer. Nimmt meine... Sattel... Sandalen? Höh! Put... Tent... To steal... To... Ähm, stillt zwei Pferde und flieht von hier. Sie werden uns alle umbringen. Äh, sie werden uns alle umbringen. Ja. Hm.